Hallo zusammen, ich bin der Kalli und meine Geschichte vom Klavier ist ziemlich schnell erzählt. Das war so, als der Mittlere unserer drei Söhne hier ausgezogen ist, dann hat er sein elektrisches Klavier hier stehen lassen und da hatte ich schon den Stecker rausgezogen, um das auf den Speicher zu räumen. Dann habe ich mir gedacht, komm, guckst du mal im Internet, was man da eigentlich mitmachen kann. Der Stecker wieder reingesteckt und das ist jetzt fünf, sechs Jahre her und ich muss sagen, das fasziniert mich völlig. Das macht mir einen Riesenspaß, seitdem bin ich von diesem Instrument kaum mehr wegzukriegen. Und was ich am liebsten mache, ist, dass ich das Klavier nutze für Liedbekleidung. Ich mache gern Lieder und ich habe letztes Jahr ein kleines Lied gemacht. Das heißt, wir brauchen uns und ich denke, das passt eigentlich ganz gut in diese doch etwas eigenartige Zeit. Und das wollte ich euch mal vorstellen. Ein Palmenstrand, tiefblaues Meer, ein Liegestuhl, sonst menschenleer, zwei kleine Muscheln und ein Glas weinen. Wie ist das schön, dort möchte man gern mal sein. Dann denke ich nach, ist mir nicht klar, ist es wirklich dort so wunderbar. Vielleicht sechs Stunden, vielleicht auch zehn, denn Einsamkeit ist nur auf Bildern schön. Habt aufeinander acht, ob hin zur Kunst, denn wir brauchen uns. Wir sind halt alle nicht so gedacht, sind fürs Alleinsein halt nicht gemacht. Auch wenn zusammen sein nicht stets gelingt, weil wir allesamt oft sehr schwierig sind. Doch gibt's mal Ärger, Streit und Zwist, hört man besser auf, bevor es dunkel ist. Trägst du dem Andern lange nach, was dich bewegt, dann muss dir klar sein, dass du's bist, der da trägt. Habt aufeinander acht, ob hin zur Kunst, denn wir brauchen uns. Ich bin so froh, dass es euch gibt, dass ihr mir zuhört bei diesem Lied, dass nachher jemand mit mir zusammensteht, dass nachher jemand mit mir zusammensteht und mit mir redet, mich fragt, wie mir so geht. Habt aufeinander acht, ob hin zur Kunst, denn wir brauchen uns. Denn wir brauchen uns. Noch mal, vielen Dank fürs Zuhören.